Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, was ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt mir allein. Der Bindel des Herrn ist dunkel, die blamensammenschein. Am Brunnen vor dem Tone, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinen Schatten zum matten, süßen Traum. Ich träumt in seinen Ringen zum matten, süßen Traum. Es so in Freid und Leiden, so ewig immer fort. So bringe ich mich immer fort. Ich träumt in seinen Schatten zum matten, süßen Traum. Ich träumt in seinen Schatten zum matten, süßen Traum. Ich träumt in seinen Schatten zum matten, süßen Traum. Ich träumt in seinen Schatten zum matten, süßen Traum. Mit einer übertausendjährigen Geschichte, meine Damen und Herren. Ja, die Musik hört man leider nicht mehr so oft im deutschen Fernsehen. Aber ich bin sehr, sehr stolz, dass Sie hier sind. Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus für die Regensburger Dummspatzen! unter der leitung von max redlinger der chef da vorne habe die ehre jetzt lachen sie wieder vorhaben so nervös ich muss jetzt auf die bühne raus wie geht es euch denn gut ja waren denn die fußballfans so viele was bist du für ein fußballfan großer großer ja mannschaftsmäßig so ja nicht mehr so wenn weil deutschland herausgefallen ist und bundesliga so schaue ich nicht mehr schaust immer wieder sonntags oder ja wer gewinnt denn heute grazien frankreich frankreich natürlich die sagen alle frankreich heute aber noch sind wir ja noch weltmeister namen deutschen also da gibt es noch mal einen applaus für unsere regensburger domspatzen die dame